Und herzlich willkommen zu Folge 58. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen noch im Dorf getan und haben schon mal drei Sachen im Barrel eingeräumt. Und das werden wir jetzt auch fortführen mit dem Barrel einräumen. Mal schauen, wie viel wir wieder zeitlich schaffen, was alles so rein kann. Jetzt bin ich am überlegen, Erde oder so? Erde am besten oder sowas? Erde, ne? Dass wir erstmal ein bisschen Erde noch als Reserve da oben stapeln, ne? Erde, Erde. Durchschauen, hier ist keine Erde mehr. Mal sortieren hier die ganzen Kisten, da ist Erde. Sortieren. Keine Erde gefunden, da wird eh keine Erde drin sein. Nöp. Nöp. Hat das Erde aber, wie viel? Na, zwei, sechs. Ja, nochmal was, sechs. Da findet sich keine Erde, hier findet sich auch keine Erde, hier auch nicht. Aber hier wiederum. Erde und was? Zick. Ne, das sind Bienen. Die können wir eigentlich auch mal sortieren, oder? So ungefähr wird schon passen. Dann wieder hier Erde. Dann ist da... Oh, jetzt müsste ich da nochmal laufen. Oh, da ist irgendwas Sandiges noch drin gewesen. Da ist mal Sand drin gewesen, das muss doch weg. Dann aber schnell hier. Dann werden wir auch bald wieder, wie gesagt, das Dorf in Angriff nehmen, wenn ich aber erst das System habe. So, Erde. Und Sand. Das ist alles weg. Und dann vielleicht Kies oder sowas. Wäre auch ganz so gut. Kies damit anfangen, dass das auch weg ist. So. Erde. Sortieren und Erde. Und dann machen wir Kies. Nein, da ist nix. Da sind Bienen. Hier ist nix. Da ist Kies. Äh... Nöp. Hm... Nöp. Nothing. Nothing. Oh, meine Uhr hat sich verabschiedet. Da ist sie wieder. Ah, läuft die Zeit noch. Man sollte mal die Uhr komplett ausfallen. Ich kann mich ungefähr an der Sonne richten vor Minecraft immer, dass sie 10 Minuten dann um sind. Aha, hier finde ich kaum noch Kies. Dann könnten wir eigentlich gleich auch sofort... Was nehmen wir denn danach? Äh, hier vielleicht Neta-Sachen oder so. Müssen wir auch noch runterbringen. Neta-Ziegel sind das ja. Obsidian. Da ist Neta-Zeug. Ah, nee, das muss ja... So, 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 so. Und die müssen getauscht werden. Das haben wir noch. Das ist alles umnitzen. Rumgelauf hier. Was kann ich da oben reinschmeißen? Was brauche ich da oben drinne? Was brauche ich da oben nicht drinne? Das kann hier rein. Wie gesagt, Kies. Kann hier rein. So, kommt hier irgendein Block dazwischen? Ich fange jetzt mal rückwärts hier von an. So. Das und dann vielleicht die Obsidian und hier zwischen diese Ziegel. Oh, mein Handyakku ist fast alle. Ja, das kann nämlich passieren, aber wenn man jetzt ganze Zeit sein Handy anhat, nur für die Stoppuhr, da macht man nix. So einfach. So. Ah ja, Cobblestone könnte man eigentlich auch noch verpfeffern. Da rein. Das wäre auch keine schlechte und übele Idee. Cobblestone auf jeden Fall. Das würde auch, ne. Holz habe ich jetzt hier noch. Wobei das eigentlich ein System schneller kann. Dann machen wir Reserve irgendwie Stein. So Cobblestone Reserve, da oben auch noch rein. Und den bemosten, keine Ahnung. Ne, komm her. Tut, tut, tut. Nicht. Hab ja noch Platz, Mensch. Das soll ja alles so gut verlaufen hier. So. Ja, kann eigentlich daneben direkt. Dann haben wir da ein Stack, also komplette Giste einmal voll und dann haben wir da ein bisschen Reserve, falls wir eigentlich schnell an Cobblestone müssen. Da, 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 da. Dankeschön. Ja, aber noch was. Und wenn es jetzt gar nicht so viel ist, wird der Rest einfach wieder in Kisten reingeschmissen. Hier ist das rein drin. Ja. Wird auf jeden Fall viel zu sein. Dann habe ich ja noch diese, ähm, Sachen für Magie oder sowas. Das werde ich jetzt da oben vielleicht nicht reintun. Oder, ja, mal schauen, vielleicht doch, wenn irgendwie was passiert. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt irgendwie mit Pipes auch verbinden kann. Die Barrels, damit das halt immer direkt da reinläuft. Muss ich mal gucken. Entweder nur muss ich Diamantpipes nehmen oder diese Insertpipes, die auch bei den Bienen sind. Das schaue ich mal. So, da oben haben jetzt noch ein paar gefehlt, ne? Schauen wir mal eben, wie viele. Ich glaube, so viele waren es jetzt nicht mehr. Aber was ich hier habe, wird wohl reichen. So. So, jetzt ist es voll. Jetzt ist es voll. Jetzt ist es voll. Jetzt ist es voll. Oh, ein Zeck war es jetzt so viel. Gut, hier haben wir Luftscherben, hier haben wir Feuersteine. Die müssen ja auch irgendwo unterdrückt werden. Dann haben wir Schießpulver, Fäden, Knochen. Das kann alles irgendwo jetzt verbraucht werden. Das gehört zusammen. Hier, verboten Flash. Das kann jetzt alles, alles verbraucht werden. Schießpulver. Leder auch noch. Knochenfeuersteine. Tintensäcke. Das ist eigentlich Farbe. Zombie hier. Ein Bärenstein vielleicht da noch. Das ist das... Die Safari-Netz. Die kommen woanders rein erstmal. Lehm. Da. Feder, Knochen, Eier. Eier ist irgendwie so Essenskiste eigentlich schon. Oh, da. Spinnenaugensattel. Ja, die hole ich später ab. Die hole ich auch später ab. Tak. Leder. Sonst. Nichts mehr. So, einmal hier bitte sortieren. Boah, was ist das denn hier gewesen? Das? Wababah. Okay. Sieht interessant aus, muss man sagen. Sieht interessant aus. Da. Wieder Fäden. Da, essbare Slimes. Ja, das kann eigentlich in Essenskiste rein. Da können eigentlich auch diese Dinger hier rein. Pilze. Bärenstein. Nee. Na, aber Ziegel. Ach, jetzt kommt hier wieder ein Stück Leder. Fehlen Schießpulver. Gehirne. Da noch eine Scherbensorte. Erstbare Slimes. Minium. Scherben. Uran. Da haben wir noch was für mich. Da, da, da. Da auch wieder hier überall. Oh, in der Perle. In der Perle. Nö. 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 Nö, nö, nö. Nö. Hier haben wir wieder welche. Hier haben wir noch rot und grün. Das kommt alles auf jeden Fall mit. Oh, das passt hier nicht ganz da, aber das war jetzt da im Drinner. Das. Jupp. So, nochmal Feuersteine. Und hier ist eigentlich auch ein Drinner. Jupp. Das trifft sich doch gut, dass das irgendwann schon mal raus wird. Und je mehr Kisten, desto mehr habe ich da draußen rumstehen. Und je schöner sieht auch mein Lager wieder aus. Wo fange ich denn damit an? Das ist auf jeden Fall eine größere Reihe. Dann würde ich sagen, hier so diese Scherben hinknallen. Zack. Dann können wir vielleicht den Bärenstein rein. Oh, Quicksilber könnte ich da eigentlich auch noch hinsetzen. Fällt mir gerade so auf. Ich schaue mal auf die. Ja, die Uhr sagt so ungefähr, ja, ein, zwei Minuten genug. So genau kann ich es nicht sagen, aber. Ja, das ist Quicksilber. Quacksilber. Das schmeißen wir da oben auch mit rein. Und, plopp. Dann haben wir die... Oh nein, nee, 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 nee. Dankeschön. Dann... Oh, hier haben wir noch... Achso, da. Nee, hallo. Sollte ich doch da hinhaben. So, dann fangen wir jetzt hier mit... Weiß ich nicht, mit... Mit den Gehirnen an. Ja, warte mal. Wir fangen hier mit... Den nicht monsterlichen Sachen an. So Federn... Und Leder. Was kann dann eigentlich noch dazu? Eigentlich... Nichts mehr. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Äh, das und das. Die Ende-Augen. Und dann ist er eigentlich wieder frei offen. Hier kommen Gastränen noch. Was haben wir noch? Pfeile vielleicht. Da ist drin eine Pfeile. Wie machen wir hier hin erstmal? Da können wir, glaube ich, diese Whizzer-Dinge auch noch nehmen. Diese Whizzer-Knochen. Aber... Die Sonne geht da unter. Das heißt, Folge ist fast zu Ende. Deswegen würde ich sagen, ich treffe ihn wieder am Bett hier. Und würde mich damit verabschieden. Bis dahin. Euer Flash oder B. Und tschüssin.